Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Metalizer. Einige von euch hatten mich schon in den Kommentaren gefragt, ob es wieder ein neues Sonderheft zum Landwirtschafts-Simulator 22 von der GameStar geben wird. Und was soll ich sagen? Ja, es wird eins geben. Und zwar erscheint das auch schon relativ bald. Um genau zu sein, erscheint es am 11.11.2022, also in wenigen Tagen. Das Ganze ist eine Erweiterung des ursprünglichen Sonderheftes. Es gibt neue Themen, alte Themen wurden überarbeitet und ihr erfahrt alles zur Platinum Edition, zum Landwirtschafts-Simulator 22 und noch mehr darüber hinaus. Es gibt natürlich ein paar Sachen, über die ich jetzt immer noch nicht sprechen kann. Also ich habe auch wieder als Autor mitgewirkt, aber so ein paar Themen kann ich euch auf jeden Fall nennen. Zum einen geben wir natürlich einen Überblick darüber, was ist neu in der Platinum Edition, wie baut ihr zum Beispiel die Achterbahnen, wie könnt ihr Boote bauen auf der neuen Karte Silver Run Forest. Zur Karte Silver Run Forest habe ich selbst einen Beitrag geschrieben. Also auch den findet ihr im Sonderheft. Das heißt, was könnt ihr auf der Karte alles machen, welche Felder solltet ihr kaufen bzw. welche Ländereien solltet ihr kaufen, mit welchen Maschinen fangt ihr an, wie funktioniert die Forstwirtschaft und so weiter. Dazu haben wir auch nochmal den Year One Season Pass uns genau angeschaut, geben einen Einblick, was ihr da alles erhaltet. Wir haben die DLCs uns angeschaut und gesagt, für wen ist es geeignet, für wen ist es vielleicht nicht so gut geeignet, was könnt ihr mit den DLCs machen, welche lohnt sich und so weiter. Falls ihr den Landwirtschafts-Simulator noch nie gespielt habt, lohnt sich zum Beispiel auch ein Blick in den Einsteiger-Guide. Und, für mich ein ganz besonders wichtiger Guide, die Anhänger-Fahrschule. Denn mit so einem Anhänger habe ich manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, gerade beim Rückwärtsfahren. Auch da haben wir einen Beitrag zu im Sonderheft. Ihr erfahrt natürlich alles über die Tierzucht, über Mods, wir haben die besten Mods zusammengestellt. Und natürlich auch, wie funktionieren die Jahreszeiten, wie funktionieren die einzelnen Feldfrüchte, Trauben, Oliven und so weiter und so weiter. Es ist wirklich ein vollgepacktes Heft und ihr kriegt auch, wo wir gerade beim Thema vollgepackt sind, das Konto vollgepackt. Denn wir haben für euch alle Sammel-Items zusammengestellt. Das heißt, auch da werdet ihr ein paar Infos kriegen und ihr erfahrt natürlich auch, wie ihr möglichst schnell Geld verdienen könnt. Und es gibt noch einen ganz besonderen Artikel am Ende und zwar von der Gloria. Ich verrate euch die Headline noch nicht, aber es ist bei ihr sehr chaotisch zugegangen auf dem Hof. So viel soll ich schon mal verraten an der Stelle. Ihr dürft also gespannt sein. Wie gesagt, das Heft erscheint am 11.11.2022. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, gibt es direkt bei der GameStar. Und natürlich ist das Heft sowohl in PDF-Form als auch in ausgedruckter Form. Also um selber nochmal drunter durchzublättern. Wir haben wieder ein riesengroßes Poster mit den ganzen neuen Produktionsketten. Also ihr merkt schon, selbst in diesem Video, was relativ kurz ist, sind schon super viele Sachen drin. Und ich könnte wahrscheinlich noch ewig weiterreden. Also die Seiten, wir haben 148 Seiten insgesamt. Es ist also eine ganze, ganze Menge. Und es gibt natürlich auch noch ein paar Goodies. Und zwar gibt es wieder ein paar Codes für euch, mit denen ihr ein paar Fahrzeuge und Skins freischalten könnt. Ihr könnt euch, wie gesagt, alles ganz in Ruhe anschauen. Link gibt es in der Beschreibung des Videos. Und genau. Würde ich mich natürlich freuen, wenn einige von euch mir natürlich Feedback dazu geben. Vielleicht auch, wie ihr das erste Sonderheft fandet, falls ihr es schon hattet. Und natürlich auch dann im Anschluss, wie ihr das zweite findet. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön sagen. Mein erstes Video auf dem Kanal, oder beziehungsweise nicht das erste, was ich gedreht habe. Aber ein Video hat mittlerweile die 100.000 Aufrufe geknackt. Und zwar das Tutorial zur Kuhzucht. Also auch da nochmal ein großes Danke von mir für den ganzen Support über die letzten Jahre. Es gibt zwar natürlich nicht immer regelmäßig bei mir Videos, aber ich freue mich natürlich immer umso mehr, die ganzen Kommentare zu lesen, die Likes zu sehen und auch das Feedback. Also auch Kritik und Feedback immer gerne gesehen. Also wenn ihr was habt, haut es gerne raus. Und natürlich auch nochmal ein großes Dankeschön an den Leiter des Sonderheftes, Martin Deppel, für das Vertrauen, das er nicht nur in mich, sondern auch in die anderen Autoren gesetzt hat. Und natürlich gilt mein Dank auch den anderen Autoren des Sonderheftes. Wir haben da sehr eng zusammengearbeitet, damit wir euch das bestmögliche Ergebnis präsentieren können. Und dann natürlich auch nochmal ein großes Dankeschön an Giants, die uns eine Vorabversion der Platinum Edition zur Verfügung gestellt haben, damit wir eben entsprechend die ganzen Sachen zum Sonderheft schreiben können. Genau, das war es auch dann mit den Danksagungen. Vielen Dank natürlich auch an euch alle, noch einmal da draußen, die dieses Video schauen und mich supporten. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.